Er heißt Hadjochamir Fendereski, er ist Mullah. 2013 war ich ihm im traditionellen Arbeiterviertel, wo ich wohnte, begegnet. Es war vor der Moschee, dar war Zenon. Ich weiß noch, dass er die Kinder im Viertel den Koran lehrte. Ich weiß noch, dass er damals gesagt hatte, dass er aus einer ganz normalen Familie stammt, die Mathematik liebt. Nachdem er ein naturwissenschaftliches Abitur abgelegt hatte, da war er gerade mal 17, besuchte der Scheich Habibola Chabar die Schüler der Schule Mirsa Hossein. Er hatte sich zu ihm gebeugt und gesagt, du wirst Taleb, ein Student der Theologie. Heute, fünf Jahre später, empfängt er mich bei seinen Eltern. Seine Mutter Simine ist da. Seine Eltern sind Lehrer und hätten es gerne gesehen, dass er Arzt wird oder Ingenieur. Er studierte in Mashhad, an der Universität für Theologie Razawi, nur wenige Meter vom Grab des Imam Reza entfernt. Er belegte mehrere Kurse, Geisteswissenschaften, Arabisch und Recht, und er hat in Teheran gerade seinen Doktor in Geschichte gemacht. Übers Jahr hält er Gottesdienste in Isfahan. Das gehört zu seinem Beruf. Er muss auch den Menschen helfen, also besucht er Krankenhäuser und betreut Kinder in Ferienlagern. Drinnen sieht sein Haus aus wie das einer frommen Familie. Es gibt wenige moderne Gegenstände. Der Fernseher ist aus, im Iran eine echte Seltenheit. Seine Mutter Simine zeigt mir das Foto des Nachwuchses. Enkelin Fatime. Ein Jahr ist sie alt. Hat Hoja Ha geheiratet? Nein, nein, sagt sie. Seine Schwester hat geheiratet. Ich zu ihm? Dann sind sie jetzt dran. Er gesteht, er verspüre keine Eile. Er fühle sich so freier. Danach vertraut seine Mutter mir an, dass ihr eine Gattin aus dem Ausland lieber wäre. Die Mädchen hier sind nicht sehr ehrlich. Ich frage, ob ich ein paar Fotos machen kann. Er richtet seinen Abba, seine Mutter ihren Chador. Er erzählt mir, in welcher wirtschaftlichen und auch religiösen Sackgasse das Land heute steckt. Ich berichte ihm von einem erstaunlichen Gespräch, das ich zwischen einem jungen Mullah und einem französischen Priester auf Besuch in Isfahan aufgeschnappt habe. Der Priester hatte folgende Frage gestellt. Können Sie mir definieren, was ein guter Muslim ist? Und der junge Mullah hatte angesichts einer solchen Frage geantwortet. Wenn Sie einen sehen, stellen Sie ihn mir vor. Da hat er recht, das stimmt, sagt Hajocha. Seine Mutter ergänzt, es sei gut möglich, dass man in Europa mehr echte Muslime findet als hier. Ich frage Simine, ob ihre Tochter noch ein zweites Kind plant. Sie antwortet, nein. Die neuen Generationen kriegen immer nur ein Kind, manchmal sogar gar keins. Dann meint Hajocha, keine Kinder zu bekommen sei ein Fehler. Wir werden noch wie Deutschland ein altes Land. Wenn wir diesen Trend umkehren wollen, müssen wir unbedingt unsere wirtschaftliche Lage verbessern, Familien finanziell unterstützen und die Arbeitslosigkeit reduzieren. Sendegi Eda Medare und das Leben geht weiter. Wir werden noch ein paar Jahre lang, wenn sie ein Kind in 18 Jahre lang sind. Vielen Dank.